Für eure nächste Challenge braucht ihr auch wieder einen Tischtennisschläger, einen Tischtennisball, einen Fußball und Hütchen. Wenn ihr keine Hütchen zu Hause habt, könnt ihr auch Trinkflaschen hinstellen. Eure Aufgabe ist es, dribbelt mit dem Fußball durch die Hütchen und balanciert dabei den Tischtennisball auf dem Schläger. Wem das zu einfach ist, der kann auch den Tischtennisball auf dem Schläger rauf und runter spielen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Für eure zehnte Aufgabe braucht ihr einen Tischtennisschläger, einen Tischtennisball, einen Fußball und eine Bank. Wir versuchen mit dem Tischtennisschläger den Ball hochzuhalten und in der Zeit den Ball gegen die Bande zu spielen und wieder anzunehmen. Wir versuchen es! Wir versuchen es! Wir brauchen die die Frage, die Bande zu spielen! Und dann drei Stunden im Schläger zurück. Wie läuft die Bande zu bauen? Wir brauchen die Bande zu spielen! Und dann können es die Bande zu spielen! Wir brauchen die Bande zu spielen! Und dann geht die Bande zu spielen! Wir brauchen die Bande zu spielen! So, versuch das zu toppen. So, versuch das.